Hi Leute, mein Name ist Frank und eine Sache bringt mir mehr Freude als alles andere im Leben und zwar nämlich Online-Passiv-Geldsverdienen. Jetzt nicht unbedingt das Geldverdienen an sich, sondern eher die Benefits, die da einfach mit dranhängen. Denn seit fast einem halben Jahrzehnt muss ich halt Montagmorgens nicht mehr aufstehen, irgendwie wenn der Wecker klingelt und dann mich zur Arbeit quälen, im Auto mit Nähmaschinenmotor dann durch den Stau fahren und dann bei einem Chef irgendwie im Hintern kriechen, immer die Frage in welchem Winkel und dann wirst du noch angeschrien. Nein, ich kann mein Leben tatsächlich selber bestimmen und egal, ob ich halt im Sommer irgendwie auf dem Boot liege oder im Winter mit einer Freundin ein paar Runden auf dem Weihnachtsmarkt auf der Eismahn ziehe, ich verdiene dabei sogar passiv Geld, ohne was aktiv dazu zu tun. Ich passiv, du aktiv, so nach dem Motto, könnte man jetzt fast zum Monte sagen, aber da will ich dir jetzt ein bisschen das System zeigen, was Zehntausende auf dieser Welt schon sogar durchführen. Dieses ominöse Business-System besteht eigentlich nur darin, dass du Bilddateien zusammenkopierst und auf verschiedene Webseiten hochlädst und das kann eigentlich so ziemlich jeder mit jeder Ausrüstung, die er hat und es kostet dich sogar noch nichts, in so ein Business einzusteigen. Denn diese Webseiten, sowas wie hier zum Beispiel Amazon, die verkaufen dann die Sachen für dich und machen alles das, was du nicht machen willst. Produktion, Versand, Kundenretouren und so weiter und so fort. Die Leute, die jetzt hier länger schon dabei sind, die können sich fast denken, um welches Business es sich handelt, um das Print-on-Demand-T-Shirt-Business. Hier auf diesem YouTube-Kanal werden wir auch weitere Themen zum Thema Online-Geld verdienen besprechen. Deswegen abonniere gerne diesen Kanal. Freut mich auch immer sehr für alle, die jetzt hier schon abonniert haben. Danke wirklich damit. Wir haben jetzt über 30.000 oder 32.000 Abonnenten. Wahnsinnssache. Hätte ich nie gedacht, dass das so groß wird. Vielen, vielen Dank. Jetzt wollen wir aber weiterreden über das Business-System. Weil für die Leute, die jetzt hier neu dabei sind, sorry, da muss ich es einfach nochmal erklären, damit ihr wirklich wisst, was ist überhaupt Print-on-Demand. Es gibt halt verschiedene Produkte im Netz. Wenn wir uns mal umgucken auf Amazon und Co. Da sehen wir zum Beispiel, nehmen wir das klassische Beispiel eines T-Shirts. Da kann ich verschiedene T-Shirts kaufen mit verschiedenen Designs drauf. Aber Fakt ist, dass diese Designs oder diese Produkte, die gibt es gar nicht. Also die T-Shirts schon, aber die sind noch nicht mit diesen Designs bezogen. Sondern die werden erst bedruckt, wenn entsprechend ein Produkt bestellt wird. Und auf diesem Weg musst du auch nicht irgendwie in Vorleistung gehen und kannst das Ganze kostenlos betreiben. Denn alles, was du machst, ist halt Bilddateien zusammen kopieren, die halt hochzuladen auf entsprechende Druckplattformen und dann können Leute das überall kaufen. Das Schöne daran ist, du musst dich um wirklich gar nichts kümmern, denn das Ganze läuft auf Autopilot. Denn nämlich die ganze Herstellung, der ganze Herstellungsprozess, Lagerung, Versand, Kundenretouren und all diese ganzen Sachen, die wir alle nicht machen wollen, Verpackungen, zu Postrennen und diese ganzen Nummern, das macht alles dieser Druckanbieter für dich, wo du dein T-Shirt-Design hochgeladen hast. Also du musst dich um nichts kümmern und brauchst eigentlich nur warten, bis Leute regelmäßig auf entsprechenden Portalen einkaufen. Denn guck dich einfach mal um. Zum Beispiel Amazon, wenn wir uns da mal angucken, wie viele Leute da wirklich regelmäßig kaufen, dann sind wir hier im Billionenbereich. Und da gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, der halt eine bestimmte Nische sucht. Jetzt zum Beispiel haben wir einen Valentinstag, da suchen viele Valentinstag-Shirts. Und wenn wir uns da nämlich mal angucken, was die zum Teil verkaufen, dann sind diese Summen doch schon recht hoch. Denn wir sehen hier so ein bisschen über 1000 Designs für ein Valentinstag-Design. Und wenn wir uns da mal nachgucken, was da so Profit-Margins halt sind, kannst du das Ganze mal rechnen und kommst halt auf Summen, die ziemlich, ziemlich hoch sind, wo dir schon fast schwindelig wird. Und selbst wenn du nicht die Mega-Seller hast, wenn du mehr T-Shirt-Designs hochlädst, kannst du auch auf diese Summen kommen, weil du halt einfach dann über Masse gehst und entsprechend das darüber dann kompensierst. Also du musst nicht unbedingt den Mega-Super-Seller haben, sondern das reicht wirklich sehr, ein paar gute Designs hochzuladen und damit schon deine ersten Sales zu machen. Wir fangen jetzt mal ganz einfach an. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Designs, die wir herstellen können. Und keine Sorge, für keins dieser Designs musst du irgendwie zeichnen können, groß kreativ sein. Und diese ganzen Sachen zeige ich dir alles, wie man es macht. Wir fangen jetzt erstmal an, Step by Step, so ein bisschen, wie baust du so ein System auf? Step Nummer 1, du sollst dich erstmal registrieren auf den verschiedenen Webseiten. Da gibt es sehr viele von Shirties, Spreadshirt, Redbubble, Merch bei Amazon und so weiter und so fort. Da kannst du dich erstmal registrieren, dass du dort einen Account hast, wo du dann diese Bilder hochladen kannst. Schritt Nummer 2, wir müssen erstmal rauskriegen, was verkauft sich. Und das kannst du machen, indem du verschiedene Wege jetzt eingibst. Es gibt kostenlose und es gibt halt den bezahlbaren Weg. Der ist besser, weil du da einfach direkter auswerten kannst. Aber ich zeige dir jetzt auch erstmal die kostenlose Variante. Weil, wenn du nämlich in den Google Chrome Store gehst und den Google Chrome Browser benutzt, den solltest du dann auch benutzen, wenn du es kostenlos machen willst, da hast du die Möglichkeit, die DS Amazon QuickView zu installieren. Das ist eine Chrome Extension, die zeigt dir so den Verkaufsrang an, damit du einfach einschätzen kannst, wie gut verkaufen sich Designs. Wenn wir uns da ein bisschen umgucken, Designs, die Millionen Sales Ranks haben, die brauchen wir dann nicht groß beachten, sondern bei uns geht es eher darum, umso weniger die Zahl, umso besser ist das Design. Und damit kannst du dann halt dich schon so ein bisschen im Markt orientieren. Wenn du es natürlich professioneller haben willst, dann kannst du dir Research Tools angucken, wie zum Beispiel hier unser Flying Research. Da kannst du gucken bei Bestsellern und richtig direkt auswerten, was verkauft sich einfach am meisten, was sind die Designs, die am meisten Trend sind. Zum Beispiel hier haben wir dieses Wie ist Not for Valentine und dann haben wir so ein bisschen diese Dino-Designs hier da drin. Und das will ich mit dir heute auch nochmal herstellen. Vorher fangen wir erstmal ein bisschen simpel an. Ich zeige dir die Beginner-Designs, damit du da erstmal schon mal erst Erfolge hast und erstmal ein bisschen rumspielen kannst. Nicht an dir, aber an den Designs. Gucken wir uns jetzt erstmal das Tool zum Beispiel Canva.com an. Mit Canva hast du halt verschiedene Möglichkeiten. Also wir können eine eigene Arbeitsfläche hier erstmal erstellen. Da solltest du dich natürlich umgucken, was ist das Maß, was du brauchst bei den einzelnen Druckanbietern, weil die haben manchmal, der eine will 4000x4000, der andere 5400x4500. Und da musst du dich so ein bisschen durchfummeln, einfach welche Maße willst du da haben. Notfalls machst du es ein bisschen kleiner und kannst es nochmal ein bisschen größer aufziehen. Das passt halt auch schon. Und dann fangen wir auch schon an, unser erstes T-Shirt-Design zu kreieren. Wir fangen nämlich so ein bisschen an. Wir machen jetzt mal auf einem weißen T-Shirt ein schwarzes Ding. Normalerweise machst du es umgedreht. Du kannst es auch noch farblich ändern. Ich zeige es dir jetzt einfach mal nur hier. Wir haben hier die Möglichkeit, links im Menü erstmal unter diesen Grafik-Templates auszuwählen. Da gebe ich jetzt zum Beispiel mal Pulse ein. Also hier den Pulse, hier den Heartbeat. So, zack. Und dann kann ich mir hier so ein Design rauskopieren. Ich kann das Ding auch noch kopieren, also dass ich davon halt zwei habe, mache die so ein bisschen nebeneinander, passt das vielleicht noch so ein bisschen von der Größe an. Und wenn das Ganze denn passt, dann werde ich mir noch so ein bisschen einen anderen Vektor suchen. Weil wir können es ein bisschen umgucken, zum Beispiel Heartbeat-Design. Was gibt es da eigentlich so alles? Ach Mensch, guck mal hier, da gibt es was mit einem Mountainbike-Typ, da gibt es was mit einem Surfer und so weiter und so fort. Wir nehmen ja das Ganze mal mit dem Fahrrad und kopieren uns erstmal da ein Fahrrad rein. So, dann ziehen wir uns jetzt hier einfach mal das Fahrrad drauf. Weil wir das jetzt noch ein bisschen cooler machen wollen, suchen wir uns noch vielleicht ein bisschen Hintergrund, weil wir jetzt schon hier ein bisschen kreativ bei der Sache sind. Was könnten wir machen? Wir können eine Sonne im Hintergrund, wir können... Lass uns doch einfach mal so einen Berg hier nehmen. So, zack, dann klicken wir auf den Berg hier rauf, den fügen wir noch in den Hintergrund ein und zack, dann haben wir schon unser erstes T-Shirt-Design. So, jetzt gibt es aber auch noch mehrere Arten von verschiedenen Fahrrädern und da können wir doch auch gleich noch viel mehr machen, weil das ist ja die Arbeit, ist ja fast die gleiche. Also, Fahrradfahrer wieder raus und dann gucken wir einfach mal, was haben wir noch? BMX, machen wir einfach mal rein. Zack, schon haben wir ein BMX-Design. Das Ganze noch ein bisschen anpassen und fertig ist das nächste Design. Dann könnten wir das wieder abspeichern, runterladen, klicken wir wieder aufs Nächste, also hauen wir den wieder raus, machen jetzt von mir aus einen Surfer rein oder einen Wanderer. Je nachdem, was du halt machen willst und kannst immer mehr Designs ausbauen. Das ist die Möglichkeit 1, mit Canva-Designs zu erstellen. Das geht halt wirklich, wie du siehst, ganz einfach. Du musst nicht zeichnen können und kannst mit ein paar Klicks, mit ein paar Zusammenkopiere rein, damit halt Designs kreieren, die neu sind, die es so in der Form noch nicht geht. Wie das mit dem Berg im Hintergrund und so ein bisschen von dem Design-Stil war es halt wieder ein bisschen was anderes. Die Sachen wollen wir jetzt auf die Print-on-Demand-Anbieter hochladen. Alles, was wir dafür machen müssen, ist eigentlich nur diese Datei auf die entsprechenden Druckflächen zu ziehen, dann anzupassen und dann natürlich noch so ein bisschen die Farben zu wählen. Was soll denn dein T-Shirt haben? Wie soll es denn dargestellt werden? Dann Titel, Beschreibung und die Suchwörter. Das ist immer das Gleiche, egal auf welchen Print-on-Demand-Anbieter oder Druckanbieter du da hochlädst. Das ist völlig egal. Die Sachen sind immer die gleichen. Es sieht halt nur ein bisschen anders aus. Aber du hast halt immer Titel, Beschreibung und dann halt die Suchwörter da drauf. So, wenn wir das Ganze gemacht haben, dann drücken wir nur auf Veröffentlichen und zack, schon sind deine Produkte online und die Leute können sowas halt kaufen. Wie Monte immer sagt, ja, die Autos und das Haus zahlt sich nicht von alleine. Wer sich nämlich für meine T-Shirt-Designs interessiert, für unsere Community, wir haben nämlich hier für diese Print-on-Demand-Community auch ein eigenes Clothing-Label. Das findet ihr halt unter dropoutclothing.com. Vielen Dank für alle, die da bis jetzt schon eingekauft haben. Ich habe schon gesagt, bei so ein paar Leuten werde ich die mal überraschen. Da komme ich mal einfach mal direkt vorbei und bringe die Sachen persönlich hin oder irgendwas. Da lenke ich mir noch was ganz Cooles halt aus. Ja, dropoutclothing.com. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, muss ja auch sein. Und weiter geht es mit den Tipps. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen? Ah, genau, nämlich bei dem Dino. Und zwar, wie geht es jetzt eigentlich, wie kann man so ein bisschen komplexeren Sachen herstellen? Denn so ein Dino, ja, so ein Dino kann ich jetzt auch nicht zeichnen. Muss ich auch nicht, denn dieses Ding gibt es halt einfach fertig. Ich kann nämlich mich umgucken auf Webseiten, wo ich diese Grafikvorlagen, also diese Bilddateien, mir schon vorher besorge, um die in Zeichenprogrammen zu bearbeiten. Dazu muss ich aber eine Sache sagen. Und zwar, es gibt halt Bilddateien als JPEG und es gibt Bilddateien als Vektordateien. Das siehst du mal hier. Das ist ein Bild. Wenn ich da näher rangehe, mit einer JPEG-Datei, dann sehe ich, dass da Pixel sind. Also Bildpunkte, aus denen dieses Bild besteht. Wenn ich jetzt bei einer Vektordatei, das ist nämlich diese Designprogramme, die wir für T-Shirt-Designs benutzen, benutze, da habe ich halt kein Maß drin. Das heißt, ich kann diese Dinger wie Gummi hier entsprechend ziehen, machen und sonst was alles. Und da würde halt kein Qualitätsverlust sein. Ich würde keine Pixel sehen, egal wie nah ich ranzoome. Und mit diesen Programmen, da stellen wir halt unsere T-Shirt-Designs. Und das will ich dir jetzt einfach mal zeigen, am Beispiel dieses Dino-Designs. Ein Dino kann ich schwer zeichnen, aber ich weiß auf jeden Fall, wo ich ihn herkriege. Und zwar nämlich im Netz. Da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Pixabay.com, der ist zum Beispiel gratis. Da könnte ich was runterladen. Freepick ist ein bisschen teurer. Allerdings, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Seite, weil du da wirklich fast eigentlich alles immer herkriegst. Und die kostet da 7 Euro oder irgendwas im Monat. Also das ist wirklich gar nichts. Habe ich seit Jahren, benutze ich für alles. Sehr gut. Aber du kannst auch natürlich noch die Profi-Seite nehmen, sowas wie ein Wechselspunkt kommen. Da gibt es nämlich Designer, die arbeiten extra für dich. Die erstellen jeden Tag neue Designs, je nach Aufträgen, was du auch haben willst. Und kannst auch selber sogar alte Aufträge geben und dann stellen die das für dich her. Das gibt einen gemeinsamen Pool, wo dann alle Leute draus schöpfen können und sagen können, okay, cool, dann will ich dieses Design halt auch benutzen. So, und dann kannst du davon dir einzelne Sachen halt runterladen. So, und die können wir natürlich auch noch kombinieren, zusammenstellen. Ich kann dem einen Dino, der ein Herz an der Hand hat, das Herz halt aus der Hand nehmen und da irgendwie einen Gaming-Controller reinmachen. So, zack, schon hast du ein ganz anderes Design. Und das will ich dir jetzt zeigen, wie sowas funktioniert. Dazu gehen wir erstmal auf Wechsels.com und gucken uns erstmal um, was brauchen wir denn hier überhaupt für Vektor-Dateien. Also zum Beispiel, wir brauchen erstmal ein Dino. So, der Dino, wenn wir uns jetzt mal umgucken, was verkauft sich am besten, das hatten wir ja mit unseren Research-Tools hier schon gesehen, sind diese T-Rex-Dinos. Also nicht irgendwie T-Ceratops oder wie die halt heißen und diese ganzen Sachen. Der ist übrigens auch cool. Der ist eigentlich, finde ich, cooler als den T-Rex. Aber wir wollen jetzt ein T-Rex, also habe ich mir umgeguckt oder habe ich mich umgeguckt, wo gibt es halt ein T-Rex. Sicher, es gibt auch hier andere Designs, die sehen schon so aus, wie wenn sie fertig sind. Also das ist hier ein perfektes Design mit dem Herz, aber das können ja auch ein anderer herunterladen. Wir wollen jetzt was selber custom-mäßig erstellen. So, ich habe jetzt drei Sachen mir mal rausgesucht und zwar einmal hier so ein T-Rex, der sieht ziemlich cool aus. Dann haben wir noch ein Herz, das sieht auch besonders aus, also weil es hier mit diesem Verlauf einfach so ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dann habe ich nochmal ein normales Herz mir hier rausgesucht, weil ich einfach zu faul bin, das Ding zu malen oder halt über Schnellauswahlwerkzeug zu machen. Aber so muss ich halt gar nicht zeichnen und brauche die Sachen einfach zusammen zu kopieren. Gut, wie geht das Ganze? Wir öffnen die ganzen Sachen jetzt hier erstmal in unserem Zeichenprogramm. Das ist so ein Vektor-Tool, womit wir halt arbeiten können. Keine Sorge, du brauchst da nicht alle Funktionen von diesen 100.000 Menüs, sondern eigentlich nur so ein paar grob. Also theoretisch kannst du es auf acht Sachen runterbrechen. Damit kannst du jedes T-Shirt-Design halt erstellen. Ich zeige es dir jetzt mal, wie das geht. Wir nehmen als erstes den T-Rex, den kopieren wir uns einfach mit Copy und Paste in unsere Arbeitsfläche rein und kopieren die anderen Sachen, was wir auch brauchen, auch erstmal rüber. Gut, bei dem anderen Herz, da haben wir jetzt noch ein anderes Problem. Das besteht hier noch aus anderen Sachen. Gut, ist ja aber kein Problem. Wir können über die Ebenen halt da diese einzelnen Elemente einfach rauslöschen. So, zack, zum Schluss bleibt einfach nur noch das normale Herz übrig. So, und das nehme ich rüber und kopiere mir das einfach rüber. Wenn ich damit fertig bin, dann würde ich das natürlich so ein bisschen größentechnisch anpassen auf den Dino, dass das halt gut passt, dem das so in die Hand geben. Ja, aber jetzt ist das ja vor der Hand. So ein Handy halte ich ja jetzt auch nicht so, sondern ich halte ja ein Handy so. Also brauche ich ja die Fläche, die hier vor ist. So, wie machen wir das ganz einfach? Naja, du musst dir das Ganze so vorstellen, das funktioniert in Ebenen. Ein Bild von vorne gesehen sind halt mehrere Schichten übereinander von verschiedenen Sachen. Das heißt, ich brauche erst den Dino, dann mache ich das Herz und dann mache ich nochmal die Hand darüber. Und um das halt zu machen, benutzen wir hier so einen kleinen Trick. Wir fangen nicht an, jetzt irgendwie was groß nachzuzeichnen. Ich zeige es dir mal hier an der einen linken Hand. Wir machen einfach mal ein Screenshot von der Hand in groß, möglichst groß, dann ist die Auflösung halt besser. Kopieren das Ganze halt in unser Zeichentool und wandeln das Ganze um. Denn hier ist es nämlich jetzt noch ein Bild, Screenshot, ist ja das mit Pixeln. Das brauchen wir nicht, wir wollen das jetzt in Vektorebene. Also gehen wir hier auf Bildnachzeichner und wandeln das Ganze klick nochmal um. Wir lassen den einmal durchrattern. So und wenn der fertig ist, ist das umgewandelt. Sieht jetzt nicht anders aus, aber der Witz ist, wenn ich jetzt hier über diese einzelnen Tools gehe, kann ich nämlich diese Bereiche hier löschen und dann zum Schluss, wenn ich das richtig lösche und hier ein bisschen rumspiele, dann bleibt nur noch die Hand übrig. So, die ziehe ich jetzt einmal hier rüber auf mein Dino-Design und werde das Ganze noch ein bisschen anpassen. So, dann größentechnisch, dass das übereinander landt. Sieht jetzt nicht irgendwie besonders anders aus, aber der Witz ist, wenn ich jetzt halt mein Herzchen hier reinschiebe, dann siehst du, huch, auf einmal die Hand, die ist ja jetzt davor. So und dieser Trick, das ist wirklich mit einer der goldenen Dinger halt im T-Shirt-Business, der wird dein Business halt voll nach vorne ziehen, weil du einfach jetzt alles kombinieren kannst und dir halt Dinge erstellen kannst, die es so in dem Sinne noch nicht gibt. Jetzt kannst du selbst einen Gaming-Controller in der Hand nehmen, kannst du ja mal ausprobieren, schick es mir mal mit einem Gaming-Controller, wie kriegt das hin und das kannst du mir mal bei Instagram schicken. Machen wir mal einfach mal hier so. So, schick mir das mal hier auf meinem Instagram-Kanal. Wie hast du es hingekriegt? Wie ist es geworden? Dann sage ich dir mal vielleicht noch den einen oder anderen Tipp dazu. Wäre sicherlich auch eine ganz coole Sache. Fragen ansonsten gerne unten in die YouTube-Kommentare. Ab heute werde ich nämlich hier ein bisschen mehr Fokus alles auf YouTube legen, damit wir wirklich hier, ja, das Ganze noch ein bisschen größer halt aufbauen. So, jetzt brauchen wir noch den Text. Wir wollen das Design ja richtig passend machen. Bevor ich jetzt hier groß viel Arbeit mache und das rauslösche, mache ich jetzt einfach hier nur so ein Viereck drüber. Gespannt. Mach das noch in der Ebene, dass das Herz halt davor ist und das andere wieder dahinter. So, und jetzt brauchen wir noch ein Textfeld. Das ziehen wir auch noch ganz schnell auf und beschreiben da einfach jetzt unseren Text drin. Eistil Harz war der Text, der da reinkommt. So, drei Wörter, die kriegen wir auch noch hin und das selbst mit Deutsch, Note 4. Und machen das Ding einfach hier umwandeln, erst mal in Pfade, in Gummi umwandeln, wie ich so schön sage. Dann kannst du nämlich, ohne da groß rumzustellen, einfach mit der Maus das Ding so auf die Größe ziehen. So, und dann passt das auch schon. So, jetzt machen wir noch ein bisschen anpassen, dass das Herz wieder davor ist, die Schrift dahinter und die Ebene ganz nach hinten und nehmen uns noch die Herzen raus, weil da fliegen ja so ein paar Herzen durch die Gegend. Da machen wir auch noch ein paar dazu, damit das so halbwegs schon so in die Richtung geht. Die werden wir jetzt mit Copy, Paste, also Command und C, Command und V kannst du die einfügen und auch noch von der Größe so ein bisschen bearbeiten, dass sie natürlich jetzt nicht alle gleich aussehen. Das eine machst du größer, das andere machst du kleiner, das andere machst du noch kleiner. Vielleicht eben kannst du drehen oder auf den Kopf stellen, vielleicht nicht unbedingt, aber zum Schluss dann natürlich auch noch alle markieren, dann das Pipettentool nehmen und entsprechend die Farbe anpassen, dass das alles wie aus einem Guss aussieht. Und fertig ist dein Dino-Design, ein T-Rex, der ein Herz in der Hand hält mit Deko und dem Text. So, und du siehst, also keiner muss hier irgendwie groß zeichnen können. Du kannst halt wirklich mit den einfachsten Designs zum Teil gute Summen verdienen, je nachdem, was es ist. Also wir können uns mal hier umgucken. Das hier zum Beispiel so ein Herz-Design, das ist eigentlich nur ein Herz, nochmal kopiert, ein Herz nochmal größer und dann hintereinander gemacht und wenn du dir ausrechnest, was der für Sales hat, hoi, hoi, hoi. So, und wenn du davon halt mehrere Designs hast, dann macht die ganze Sache nämlich Spaß, weil dann kannst du machen, was du willst, kannst mit der Freundin auf der Eisbahn gehen und dabei verdienst du sogar noch Geld. Du kannst das Ganze auch sogar noch ausbauen, indem du dann Werbung noch bringst auf diese Druckanbieter und deinen Designs besser noch darstellst und verkaufst einfach mal, aktiv verkaufen, weil klar, diese Webseiten, die kriegen schon Zulauf von Leuten, aber du hast auch noch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel mal auf Webseiten gehst, wie so ein placeit.com, da kannst du dein Design sogar noch auf Models packen. So, und da brauchst du kein riesen Lichtsetup aufbauen, du musst auch keine Kamera bis ins Detail verstehen und da alle Tutorials drüber gucken, bis du irgendwann verzweifelst und denkst, um Gottes Willen, was habe ich da gekauft für ein Monster, wie es mir regelmäßig geht, wenn es hier um diese YouTube-Videos geht, aber das brauchst du einfach gar nicht, denn du kannst da dein Design hochladen, wählst eine T-Shirt-Farbe aus, die das Model halt anhaben soll, drücken, machst dein Design rauf, zack und hast ein cooles Vorschau-Bild. Das kannst du jetzt überall teilen, du kannst in Facebook-Gruppen reingehen, da halt für Werbung machen, je nachdem, du musst das natürlich mit den Admins ansprechen, du kannst YouTube oder Instagram-Kanäle halt aufbauen und damit Sachen bewerben und das ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit, um nochmal zusätzlich Leute da drauf zu bringen auf dein System, damit die halt einfach da noch ein bisschen mehr kaufen, damit du den einen oder anderen Kauf halt mehr hast. Das Coole ist, du musst wirklich dann gar nichts machen, du hast halt wirklich also diese ganzen Sachen von Herstellung und so weiter, Verpackung, Versand, das musst du alles nicht machen, du brauchst eigentlich nur noch warten, bis du online passiv Geld verdienst. Ist eine wahnsinnig coole Möglichkeit, du kannst natürlich noch sehr viel mehr machen, du kannst natürlich auch deinen eigenen Online-Shop aufbauen, personalisierte Produkte anzubieten, wie zum Beispiel hier auf dem Etsy-Marketplace, da kann man halt auch Druckanbieter verbinden, das lernst du bei mir auch in den Online-Kursen t-shirt-frank.de, wenn du dieses Business richtig in aller Größe lernen willst, da solltest du dich auf jeden Fall mal umgucken. Ich zeige dir alles Step-by-Step, wirklich jede einzelnen Zeichenprogramme, die sind auch nochmal komplett erklärt, die Research-Tools und zum Thema, kriegt jemand Hilfe, wenn du Fragen hast, dann sagst du einfach Bescheid und dann gucke ich mir das an, dann gucke ich mir auch mal deine Designs an und schubse dich da schon in die richtige Richtung, bis das Ganze halt richtig läuft. Also probiere es gern mal aus, erstelle aber nicht nur zehn Designs denn natürlich, sondern mache so ein paar mehr. Also pro Nische solltest du dich schon so ein bisschen umgucken, dass du da so um die 15 bis 20 Designs halt herstellst. Du hast ja gesehen, es geht sehr, sehr schnell. Deswegen da erstelle wirklich erstmal ein bisschen mehr und gucke, wie es mal läuft. Probiere es mal aus, kostet dich ja nichts, das Ganze mal ein halbes Jahr mal zu probieren und dann wirst du auch ein eigenes Nebeneinkommen haben oder gar Haupteinkommen, je nachdem, wie hoch du das skalierst. Bei uns in der Community, wir haben halt die unterschiedlichsten Ergebnisse, was die Leute damit erreichen, je nachdem, wie viel Arbeit sie natürlich auch damit reinpacken und das ist so ein bisschen, ja, was du, wie heißt es so schön, was der Bauer sät, das erntet er oder irgendwie sowas. Also so in etwa, ich weiß gar nicht, ob es so einen Spruch gibt, schreibt es mal in die Kommentare, aber so in etwa, ihr wisst ja, was ich meine. Gut, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps. Da hast du nochmal ein Megatutorial, dass du einfach wirklich mal so das gesamte Business einfach mal siehst, dann da ein bisschen tiefer reinkommst. Hier unten mache ich dir noch ein anderes Video und hier den Abo-Button halt hin, den Quick-Abo-Button. Vielen Dank für alle Abonnenten, die bis jetzt abonniert haben. Mega, mega krass. Das ist das, warum ich hier diese Videos halt mache, weil das ist einfach geil. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps. Wie immer, gute Verkäufe.